Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Nein, er hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz, hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Bitte? Leichenbakterien. Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Granter, haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, ja... Irgendwelche Partys, Kontaktbörse, Singletreffs? Hallo! Ich glaube, ich hole mal lieber einen Schluck Wasser, oder? Ich will ja gar nichts vorhalten. Ich will ja gar nichts vorhalten. Du interessierst mich nicht mehr. Du bist ein Fliegenfurtz. Ein was? Ach, erzähl mir doch nicht, dass Melly dich nur eingeladen hat, weil du im Strange diese komische Motor- und Scheiße spielst. Sie wird keinen kennen, der auflegen kann. Bitte? Vor ihrer Verlobung hat diese Nutte jeden zweitklassigen DJ gefögelt, der nach dem dritten Wort gar eine Plattenkarriere versprochen hat. Na und? Dann ist Melly halt eine Nutte, aber im Gegensatz zu dir, eine mit Stil. Also, war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls. Ja. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls.